We are family, so lautet das Motto vom diesjährigen Welttanztag. Bei uns in der Tanzschule Kasel ist der Welttanztag am 5.11. hier ab 14 Uhr. Wir sehen es wie ein Tag der offenen Tür für den guten Zweck. Vielleicht habt ihr auch Zeit und kommt und seid mit dabei und werdet zum tanzenden Engel. Ich bin schon ein tanzender Engel und wenn du auch ein tanzender Engel werden möchtest, dann komm auf den Welttanztag. Ich bin noch kein tanzender Engel, werde aber auf den Welttanztag dieses Jahr tanzender Engel werden. 100 Prozent. Ich schwöre. Hallo zusammen, ihr seid noch kein tanzender Engel, dann aber schnell in die Tanzschule Kasel. Am 5.11. zum Welttanztag. Ich bin schon ein tanzender Engel und freue mich schon wahnsinnig. Macht einfach mit bei unseren Workshops. Habt eine Menge Spaß. Den gesamten Tag über ab 15 Uhr für Kinder, für Jugendliche, für Verwachsene, für Senioren. Es ist garantiert für jeden was dabei. Und das Allerwichtigste ist, die Aktion Wir helfen Kindern von RTL wird durch diese Aktion unterstützt. Und wir freuen uns auf euch. 5.11. Welttanztag in der Tanzschule Kasel Engel und Kirche. 1.11. Welttanztag. 1.12. Welttanztag. 2. barsakt westo. Vielen Dank.